Die Zeiten ändern sich, oft schneller als wir denken. Technologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends ordnen unsere Welt grundlegend neu. Und damit auch unser Leben und unsere Zukunft. Digitale Assistenten machen das Reisen in Zukunft einfacher und komfortabler. Mobiles Leben und mobiles Arbeiten fügen sich nahtlos ineinander. Der Zugriff auf Daten ist ständig und von überall aus möglich. Mobiles Internet und intelligente Datennetze schaffen dafür die Basis. Um mit dem neuen Tempo Schritt zu halten, müssen wir bedacht mit unseren Ressourcen umgehen. Privates und Berufliches bringen wir immer wieder neu in Balance. Neue Technologien erlauben uns auch, Logistik neu zu denken. Im Internet der Dinge kommunizieren intelligente Fahrzeuge und Anlagen mit uns und untereinander. Vernetzte Logistikketten steuern sich so weitestgehend selbst. Gleichzeitig verändern sich die Warenströme, global und lokal. Produktion und Konsum rücken teilweise wieder näher zusammen. Mobilität und Logistik werden damit persönlicher und effizienter. Jeder Kunde erhält eine individuelle Lösung. Wir bei der Deutschen Bahn setzen uns mit dem Wandel in unserem Umfeld aktiv auseinander. Dafür haben wir die DB Trendlandschaft entwickelt. Sie zeichnet die 24 wichtigsten Trends in den Bereichen Kunde, Gesellschaft, Politik und Weltwirtschaft nach. Diese Trends greifen wir auf, um unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten. Die DB Trendlandschaft erzählt viele Geschichten, wie die Zukunft der Deutschen Bahn aussehen kann. Was ist ihre Geschichte? Was ist eine Studie? Was ist meine heute?